Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Höhlenforschung. Teil 2. Ah, ah ja, nee, das war definitiv die Höhle, wo wir die Goldrüstung her haben, weil hier eine riesige Rampe ist. Ja, bereit? Jippie! Du kannst hier eigentlich nichts machen, oder? Nö. Nicht steuern, nicht umschauen. Du kannst nichts machen. Okay, hier ist das Wasser. Also ich weiß, dass wir doch so eine große Rampe in den riesigen Raum gekommen sind, wo auch irgendwann mal die Goldrüstung da war. Aber ich hätte gedacht, dass es vielleicht anders ausgesehen hat. Äh, hm, nee, das müsste schon so sein. Wie ist es jetzt neu? Ah, ich habe Solarpeine gefunden. Was ist neu? Die hier. Ah ja, ja. Die Goldüsten. Hm. Vielleicht ist das einfach nur ein anderer Eingang zu dieser Höhle hier. Wo wir es genommen haben. Weil ich glaube, beim Arma sind wir irgendwie anders hier reingekommen. Oh, der hat sie schon an. Nach sich gerät collected. Oh. Das. Wow, okay. Ähm, mit L. Ah. Ha. Ähm. Das haut mir jetzt tatsächlich nicht sehr weg. Vielleicht ist mir eine Taschenlampe besser. Vielleicht, weil es noch zu weit ist. Ja. Also, ja, man sieht was, aber. Hm. Nicht wirklich. Das ist das gleiche Problem, wie ein Tag auf das mal war. Die nach Sichtgeräte hat einfach nicht gut ausgesehen haben. Aber ich sehe schon rechts oben, das läuft auf normalen Batterien. Also, naja. Ja. Gut, und jetzt können wir nicht einfach so zurück. Nee, wir müssen hier doch gehen. Ja. Irgendwo. War der Weg. Ich glaube, da hinten nochmal links. Und dann einmal rechts in den Raum rein. Ja. Oh. Oh. Also, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Gut, ausgeweidet. Dann. Okay. Also, hier links. Obwohl, lass mich erstmal die... ...nach gar anziehen. Nicht vergessen. Okay. Vor allem, wenn du näher an irgendwas rangehst, naja. Dann ist es so, als wenn aus deiner Brille was rauskommen würde, was dann zurückreflektiert wird. Hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so gehört, aber naja. Das ist so. Ja, es würde anders so. Wasser. Wasser. Okay. Was trinken. Das sieht man doch tatsächlich nicht. Ja. Eigentlich sollten die jetzt geblendet worden sein wie nix. Naja, es kommt drauf an. Das ist vielleicht so eine... ...ähm... ...so ein Licht ist, was die Nachtsichtbrille nicht aufnehmen kann. Hier ist einer. Okay, ist tot. Ja. Das habe ich dir auch getroffen, ne? Bereit. Ja. Drei, zwei, eins. Oh, ich habe jetzt eine volle Rüstung. Das heißt, das muss jetzt richtig komisch aussehen. Schau mich an. Wie komisch sieht das aus? Und... ...das kannst du gleich sagen. Das war es auch gleich, weil... Oh, Mann. Ich finde es genial. So eine Mischung aus Fleisch-Mutanten und, äh... ...Roboter. Naja. Okay, also ich bin hergekommen. Das heißt... Ach genau, hier ging es nach links. Und da waren, glaube ich, auch nochmal... ...irgendwelche... ...Höhlenmonster. Beim letzten Mal zumindest. Mhm. Äh, genau. Da kommt man jetzt hier rechts entlang oder hier links entlang? Weil es nicht so ist, dass hier links die Rutsche nach unten war. Genau was. Oder... ...auch nicht. Nee, geht zurück. Ja. Ich glaube, das ist nur der Weg wieder zurück in die große Höhle. Ja. Mach schnell was essen. Mach das. So. So. Und weiter. Äh, aber hier haben wir das Zeug schon alles eingesammelt, oder? Nee, warte. Nee, von hier sind wir ja gekommen. Echt? Sind wir genau von hier gekommen? Ja, denn hier sind ja die Typen. Und hier sind da, ist alles ja schon offen. Stimmt. Ja, okay. Und bei dem Typen haben wir die, die Googles gekriegt. Ja, okay. Gut, dann... Warte mal, da links. Nee, ist doch... Hä? Nee. Nee, ist auch kein Loch. Also es sieht echt ein bisschen komisch aus, wie den Nachtsicht gekriegt teilweise. Ja, das sieht alles gleich aus. Oder so. Recht grün ist die Landschaft heute. Hm? Oh. Müssen wir hier übers Wasser rüber? Hm. Erst da vorne rechts gibt es, glaube ich, einen großen Durchgang. Sonst ist da irgendwas sehr beleuchtet. Hm? Oh, hier ist einer. Ein Doppelköpfiger. Gut, das ist sogar noch mehr. Oh. Okay, ist tot. Oh. Oh. Er ist tot. Okay. Gut, also, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Der ist hier im Wasser. Ja. Drei, zwei, eins. Da ist, da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo? Ach, da oben. Das sind sogar noch mehr oder denn? Das sind zwei. Ja. Okay, der einer ist tot. Okay, der einer ist tot. So, der Zweiköpfiger. Okay, ist auch tot. Also. Bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Und. Da läuft auch noch einer. Aber du hast den hier. Ja. Drei, zwei, eins. Okay, das ging schnell. Ja. Ist tot. Drei, zwei, eins. Wie fühlst du das Wasser gerade noch an? Eins. Ich werde da gleich weiter anziehen. Okay. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich bin... Ja, ich bin voll. Ich könnte dir eins geben, wenn du möchtest. Okay. Da. Okay. Danke. Dann habe ich jetzt acht dann. Sehr schön. So. So, jetzt was ist die auch? Munition. Munition, Batterien, Munition. Ah. Also wenn ich ein Licht in der Nähe so normal ist. Kann man den Nitroschen gar nicht nehmen, weil man dann überhaupt nichts passiert. Okay. So. Ich frage mich, ob die dann auch so einen Effekt hat, wo das immer dunkler wird. Und dann wird man dunkler wie bei der Taschenlampe, wenn die Batterien schwach werden. Können wir ja gleich sehen. Es geht ja gleich so weit. Ich glaube, ich glaube, hier ist einmal Jump, obwohl ich hier bin. Sorry, ich habe wieder zurückgekommen. Da vorne ist einer. Aha. Zwei. Geht einer ist tot? Ja. Die Batterien wurden gewechselt. Bei mir noch nicht. Okay. Oh. Okay. Hä? So, jetzt. Ach, das ist erst drei gewesen. Ja. Okay. Also. Machen wir den linken erst. Gut. Und die drüben sind in die rechten. Zwei. Eins. Okay. Bei einer durch und da hat man keinen Effekt, dass es irgendwie heller oder dunkler wird. Nachdem die Batterien gewechselt werden. Also. Drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Eins. Zwei. Ich glaube, wir noch was essen. Und noch mal was trinken. Ein bisschen mehr Ausdauer. Jetzt sieht alles so gleich aus. So, mit den Night Goggles. Naja, wir müssen jetzt hier durchschwimmen, glaube ich, oder? Ich denke. Boah. Man sieht kaum was. Unter Wasser musst du die Dinge echt abziehen. Weil du halt bei deinem Schwimmanzug noch Licht vorne dran hast. Mhm. So. So. Ähm. Jetzt ist noch nichts vor uns. Im Moment ist alles ruhig. Überhin. Jetzt so ein Typ in den Baumanzug. Naja, genau. Hier sind keine Dämonen bis jetzt. Ob ich irgendwo noch das bedeutet. Ah ja. Ich habe das Kreuz. Haha. Ah ja, genau. Hier wäre eigentlich die... Wollte eine Rüstung. ...wollte eine Rüstung gewesen. Aber die haben wir ja schon. Wollen wir mal... Was das für Anzüge sind? Diese raueren Züge. Und hier ist halt das Seil nach oben. Ja. So, dann hätten wir eigentlich alles schon gezeigt oder gefunden, was wir zeigen. Ich denke schon, ja. Ja. Wir gehen jetzt nur noch schnell nach Hause. Schauen, ob wir irgendwie... Sachen machen können. Hallo, komm. Ah, da kommt man hoch. Tup, 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 tup. Ja, sonst haben wir nichts mehr zu zeigen. Ich würde sagen, wir warten jetzt zwei, drei Updates ab. Und dann zeigen wir wieder, was so Neues dazu kommt. Je nachdem, was dazu kommt. Wenn wirklich recht viel auf einmal kommt, dann kann man wieder ein bisschen was zeigen. Wenn es nur wieder so etwas Kleines ist. Ja, bringt ja nichts. Eher weniger, ja. Aber es ist auch schon ganz cool. Find ich auch. Aber hier kommt ein Dämon. Zumindest war es ja letztes Mal, glaub ich, so hier, oder? Äh, nee. Oder weiter oben. Möglich. Aber ich denke dann auch, dass wir schon alle Dämonen besiegt haben. Weil wir haben ja nirgendwo welche gefunden unten. Äh, haben wir auch keine mehr als Gegner hier. Sondern nur noch so ein paar normale Lulatsche. Werden wir es sehen. Ja, werden wir es sehen. Wird nichts dagegen? Denn die können sehr nervig sein. Oh ja. Kurz geblendet. Muss man echt aufpassen. Es tut schon fast ein bisschen in den Augen weh. Okay. Okay. Wann sind wir in der Klausel? noch ein seil oder ja ja oh man das ist jetzt aber das letzte sein hoffen wir es muss sich mal das vorstellen was es in echt machen würde so ich werde ich mir schon nach dem ersten seil fertig oh ja wenn man überhaupt hochkommt ja musst du in der schule so ein seil hochklettern nein musste ich nicht ich auch nicht aber in den amis filmen und serien sie so immer wieder dass sie das als grund kontext sagen dass sie immer diese seile hochklettern um eine klingel zu bemühen und das müsste jetzt doch endlich mal der letzte rest sein oder ja dann müssen wir jetzt endlich mal diese steine wieder zu stören natürlich nicht auch hier ist einer ja ein zweiter ist auch noch zwei ok ich habe meinen recken kopf aufgeschlagen gut so also bist du bereit warte mal einen moment ich habe eine kleine idee ja das vor oh scheiße ich sehe nichts mehr unmensch ja man kann die jetzt ja endlich mal tragen so brennen die auf wo ist der zweite ja so weit ja drei zwei eins ist kalt und nass auf einmal ok also irgendwie passiert da nicht er brennt liegt aber mittendrauf jetzt also gehen wir weiter und es passiert nichts oh die animation ist einfach noch nicht da ok also mit dem passiert das gleich wie mit der anderen gut so dann weiter geht's so dann weiter geht's mhm es muss dann erst warm werden dass man merkt dass ein kalt und nass sein kann mhm oh das ist winter geworden draußen weil ich friere nämlich gerade das kann sein oh hallo hm danke für den arm ist du ihn tot ja warte mal ich will mal kurz wo liegt der arm da liegt der arm oh man kann ihn nicht essen ok also in drei zwei eins gut in drei zwei eins so und raus raus mit uns ok links ist auch was ich gehe mich ja links entlang gut und was ist dort ah guten tag hier sind wassergeräusche hm hm ok also kein unterschied nein aber hier ist noch was zum schwimmen ja wie kommt mir der ausgang länger vor als der eingang ich denke fast dass beim letzten mal wie wir die goldene restung geholt haben dass wir durch da obwohl nee kann nicht sein dann müssen sie nicht sein ja nach oben hm vielleicht kam es uns nicht zu lange vor das kann natürlich sein oh ja genau hier sind die zester und hier glaube ich waren sogar welche rumgestanden irgendwann ah da außen da ist der höhlenausgang ok endlich ja zurück zu unseren ey und es ist wirklich winter geworden ich wusste es haha ok oh warte mal da kann ich doch endlich mal hier überhaupt nichts mehr oh winterjacke ey so ähm wie hast du das gemacht keine ahnung ich bin rausgelaufen hab gesehen oh hier ist kein eis mehr seltsam dann baff hm also ich konnte dich töten und wieder aufhelfen aber ich weiß nicht ob das so schlau ist ob das was hilft oder nicht warte ich ziehe die Rüstung ab also jetzt kann ich dich hier gerade auch nicht sehen ne ja kann auch nichts mehr machen treffe ich dich nein jetzt bin ich unter Wasser hä kannst du einen Stock in die Hand nehmen und damit könntest du es versuchen dich irgendwie rauszubacken wenn du den in den Boden steckst versuch's nein ich kann nichts nicht ins Inventar greifen oh nein hier gibt es ach scheiße hm ich werfe meine Granate bei dir hin ok wurde umgeworfen und äh acht von meinen Rüstung verloren die ist direkt neben mir explodiert ich habe keinen Schaden genommen ich habe keinen Effekt gehabt außer dass mein Bildschirm sich ein bisschen gewackelt hat so wirf nochmal ja Moment oh ich habe noch eine Zeit Bobbi oh gut hat mich getötet okay du bist aber immer noch da unten und ich habe bis jetzt noch kein Ding um dir aufzuhelfen dann drücke ich Respam ähm nein da sind deine Items weg aber du kommst nicht an deinen Rucksack ran ach scheiße das heißt nicht abspeichern sondern einfach spielbeenden ja tja äh schade ja oh man dann haben wir ja was für die nächste das nächste Mal so ungefähr so weit weg ich bin hier in der Nähe eines Flugzeugabsturzes oh da muss ich mal vorbeischauen aber hier bist du echt weit weg ey holy shit ja und ich habe mein Flugzeug und so nicht mehr überhaupt nichts mehr mhm und da wirst du auch wahrscheinlich nicht rankommen weil das in einen Stein liegt ja ich probiere es mal ich komme mal zu dir scheiße bist du weit weg ich laufe gerade noch entgegen ne also nein mach das nicht ich weiß wo wir hin müssen gut also dir wird auch nicht angezeigt wo der Rucksack ist oder was äh ich habe nichts zum sehen auch keine Map und so also unten längs ja äh unten rechts aber ich kann ja GPS und so nicht äh aus dem dass ja alles im Rucksack ist das ist tatsächlich ziemlich krass in manchen Spielen gibt es ja doch die Möglichkeit so eine Taste zu drücken oder mit den Einstellungen so ich habe mich irgendwo verpackt bitte hol mich hier raus Taste ja das gibt es ja halt wahrscheinlich nicht wäre praktisch du warst hier drunter ja ich weiß wir sehen ob ich das wieder äh trägern kann wäre schon lustig aber ich glaube es weniger denn du musst das Eis brechen warte du hast immer noch Wassergeräusche gemacht wenn man drauf klatscht äh warte äh was ist es ein Ausrufezeichen meiner Sachen ähm werden die so markiert möglich da wird da vorne irgendetwas mit deinem Ausrufezeichen markiert aber das kam erst nachdem ich in der Höhle drin war und wieder da zurück okay also bei mir ist da vorne ein grüner Punkt bei diesem grünen Punkt bist du glaube ich respawned ah es ist doch eigentlich so wenn du verreckst und da wirst du ja von den einheimischen von den Höhlenmonster keine Ahnung irgendwo hingebracht und dann gehst du raus und dann liegt er eigentlich neben dir dein Rucksack mit all deinen Sachen genau stimmt äh okay dann hätte ich gar nicht zurückgehen müssen the more you know ich werde mal sehen ob ich den auch sehen kann dein Rucksack das wird jetzt mal interessant ich klau dir einfach dein ganzes Zeug muhahaha ja weil das geht eben nicht ja und weißt du was seltsam ist was hier war vorhin nichts überhaupt nichts mit Schnee okay es war ein wunderschöner Tag ja dieser Konflikt weg damit willst du das endlich wegpacken wo ist jetzt dein Rucksack da vorne nach bei den Kannibaren da oben ja wir sind eigentlich bei 31 Minuten aber ich würde sagen wir machen so lange weiter bis wir sprechen können wenn ich mein Zeug wieder habe und dann sehen wir uns in einem Monat wieder oder so wird sich zeigen ja also der nächste Patch ist ein riesengroßer Update hier ist mein meine Sache warte 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 ne ich seh's nicht ja und ich bin tot nur ein Zeug schnell nur ein Zeug schnell und dann ja oh neben dir ja lässt sich hier ewig Zeit wie es halt immer so ist na okay sehr schön ja gut äh ich glaube obwohl nee wir haben ja alles zerstört ganz vergessen oh sehr gut da können wir nach Hause gehen ja sag wo lange ist es hier in diese Richtung warte ist hier ja hier ist eine Luke ja da waren wir auch schon drin und da können wir aber glaube ich nicht speichern ja so nach Hause okay up up and away we go oh hui saft oh äh da okay ich hatte gerade einen äh lustigen bug aber ne hat sich von selbst wieder erledigt oh hier vor mir rennt einer weg oh da ist ja keine ahnung eingeholt das ding ist echt der hammer die hat in dich reingefahren davon habe ich nichts gemerkt davon wüsste ich oh den stein hui oh what the ich bin gerade immer höher und höher und höher geflogen weil ich gegen diesen Stein gepreut bin so und jippie oh das ist cool wenn du normal landest auf einer flachen Ebene kriegst du keinen Schaden und kannst einfach runter also kannst einfach nochmal weiterfahren ziemlich cool oh wir können den Fluss entlang fahren oder nein der ist ja nicht gefroren nicht gefroren okay ah okay dann sind es ja nur die sehen schade hab ich mir auch gedacht deshalb bin ich ja den Fluss entlang bis ich dann im Wasser war hm so hier sind denk an die ballendorf interessiert uns nicht nö nicht so wirklich ja scheiß bäume noch der weg ah verdammt äh da wir müssen hier mehr Wald abholzen dass wir einfach so durchfahren können ja das wäre genial ja also komm lass mal schnell 20.000 Bäume fällen wir haben doch noch Zeit oder hm solange bis das nächste Update kommt und wir könnten hier speichern oder wollen wir nach Hause ja nee lass hier speichern bei der guten Musik so gut dann haben wir gespeichert und ich würde sagen das war's für diese Folge bis in einem Monat bis zum nächsten Update also warte hinter dir äh hinter dir auch es ist abgehauen ja also hier sind tonnenweite von denen gute Nacht oh ja das sind noch ein paar gute Nacht okay so aber jetzt dann spreche ich nochmal jawohl gut dann bis in einem Monat circa vielleicht ein bisschen mehr anderthalb oder so also liebe Leute ja wir werden natürlich noch anderes machen aber wir werden noch rausfinden was also liebe Leute bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao